235 Kilo Abfall produziert jeder Kölner im Jahr. Im dicht bevölkerten Stadtteil Nippes erleben Müllmänner nun eine ordentliche Überraschung. Und die hat mit Abfall sogar nichts zu tun. Klaus! 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 Koppel! Klaus! 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 In der Mülltonne? Wer macht denn sowas? Ist das vielleicht Ihr Hund? Nein, das ist nicht mein Hund. Das ist der Hund von der Frau Giermann. Die Frau Giermann, die wohnt hier nebenan. Das ist die ältere Dame. Hier im Haus wohnt auch eine Giermann, aber das ist die Nichte. Okay. Gut. Schauen Sie mal dort. Ja, kommen wir uns da hin zur Ruhe. Das ist ja unmöglich. Vielen Dank. Ja, bitte. Juni, Mausi, wo warst du denn? Geh nur schnell eine Mülltonne zu, manch kommt direkt wieder. Was ist denn los? Ja, das ist unser Hund. Das ist von meiner Tante. Den haben wir gerade in der Tonne gefunden. Nein, nicht in der Tonne. Nein. Moin, du Moinchen. Noch ist unklar, wie der Hund in die Mülltonne geraten ist. Doch Stefan Zendera und Michael Weber werden bei ihren Ermittlungen auf Abgründe stoßen. Mahlzeit. Was ist los? Ich habe Sie angerufen, weil der Kollege von mir hatte hier einen Hund drin gefunden, in der Mülltonne. Den habt ihr aber... Ja, den Hund da jetzt, den haben wir gerade rausgenommen. Den habt ihr rausgenommen, ja. Ja, sicher, der war so richtig am Jaulen. Das ist das Objekt. Warum schmeißt er denn den Hund da in eine Mülltonne? Ha, gute Frage. Besser ist ja, dass er das dann wieder rausgeholt hat. Ja, der Kleine, der sonst nicht zerquetscht. Den dürfen wir jetzt nehmen. Wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt wollen. Nein. Die Herrschaften haben gerade bei mir, ich bin der Nachbar. Ich bin der Nachbar? Der Nachbar von was? Ja, ich bin der Nachbar von der Frau Giermann und die Herrschaften haben hier gerade bei mir geklingelt und haben den Hund in der Mülltonne gefunden. Also ich frage mich natürlich auch, wer sowas macht. Was können Sie jetzt dazu beitragen? Sie haben den reingeschnitten. Ja, nee, Sie haben... Nein, das stimmt nicht. Nein, nein, nein. Wer sind Sie? Was machen Sie? Sie sehen aus wie die Schwester? Genau, ich bin alte Plägerin von Frau Clara. Okay, ja. Und was haben Sie jetzt mit dem Hund zu tun? Nein, die haben ich nur gefragt, von wem Sie gehört. Ich bin die Nichte der Besitzerin. Ich habe ihr den Hund geschenkt. Okay, vielleicht können wir da mal kurz aufklären. Die Mülltonne, die ist hier für das ganze Haus oder da hat jeder eine einzelne Mülltonne? Nein, die ist vom ganzen Haus hier. Die Beamten müssen ermitteln, wie der Hund die Wohnung überhaupt verlassen konnte. Als der Nachbar unter Verdacht gerät, fällt der aus allen Wolken und reagiert äußerst gereizt. Sie sind die Nichte von der Frau Giermann? Genau. Und Sie haben ihr den Hund geschenkt? Ja, ich habe den Verdacht, dass er das war. Okay, aber warum ist der Hund jetzt immer noch hier? Warum ist der nicht bei der Frau Giermann? Weil der ist heute Morgen abgehauen. Der wurde erst einmal nach ihm gesucht überall. Ach so, aber jetzt können wir den ja hinbringen, oder? Ja, genau. Da können wir nämlich die Mülltonne auch entlassen. Moment, Moment, was war das gerade? Sie haben den Verdacht, dass ich den Hund ver... Ja, der... Was bilden Sie sich eigentlich ein? Also Ihre... Braucht den auch? Ihre impedimenten Unterstellungen können... Das ist ja zum ersten Hundwasser hier. Ja, das können Sie sich gleich mal... Danke schön, ne? Du hast dich ständig über den aufgedacht. Moment, nur weil der Hund überall hinkackt, ja? Ja, passen Sie mal auf, jetzt erzähle ich Ihnen mal was. Das ist doch gut. Letztens war Manni vor der Tür, ja. Da hat er hier vor der Tür gekackt, da sagten Sie mal, können Sie bitte mal aufhören, dass der Hund hier vor der Tür gekackt? Da haben die gesagt, ja Moment, der Hund, die bezahlen Hundesteuern. Da sag ich, passen Sie mal auf, ich zahle auch Steuern, ich kacke Ihnen auch nicht vor der Tür. Und so geht das hier, wie bei den Hottentrotten, ja. Sie zahlen, hallo, Sie zahlen noch nicht meine Krankenversicherung, ja, für ein neues Hörgerät. Das ist eine Unverständlichkeit, das würde ich auch noch machen. Aber dieses Viech hat mich sogar schon gewissen, ja? Wir haben hier sogar eine Kamera und ich kann das auch gerne mal belegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das warst, Detlef. Moment, Moment, Moment. Also, Moment mal, also erstmal sind wir nicht per Du, ja? Da können Sie sich gleich hier abschwenken, ja? Und dann zum anderen, Moment mal, Moment mal, da werden meine persönliche, meine Privatsphäre massiv beschränkt, ja? Also das möchte ich nicht. Meine Tante hat danach gewünscht und ich habe ihr geholfen, sie zu installieren. Sie kennt sich nicht damit aus. Die Sichtung des Überwachungsvideos verdeutlicht, der Nachbar ist längst nicht so ahnungslos, wie er vorgibt. Doch die eigentliche Tat streitet der Postbeamte weiterhin vehement ab. Ich, ich fass das Tier nicht an, ja? Der hat mich auch schon gebissen. Aber ich komme mit der Frau Giermann sehr gut zurecht. Und ich würde doch, die alten Frau Giermann, da würde ich doch nicht den Hund da rein in die Stonne. Das würde ich doch nicht machen. Ich rede mit Ihnen, mit Ihnen. Ja? Geh mal. Also Sie haben den Hund in der Tonne gesehen, haben den in der Tonne drin gelassen und haben keinem was gesagt? Nein, habe ich nicht, aber ich habe die nicht da reingetan. Gut, dass Sie noch da sind. Beziehungsweise bin ich da gerade noch bei den nächsten Mülltonnen gewesen. Da habe ich hier so komische Würste mit Tabletten drin. Irgendeiner will anscheinend hier die Tiere verhiften. Wo haben Sie die? Können Sie da noch gucken? Hier hinten an der Mülltonne. An der Mülltonne? Hast du mal eine? Hier. Hier an der Ecke. Hier. Ich wollte die Mülltonnen gerade auf Seite und dann habe ich sie da unten gefunden. Okay, ja gut. Das sind natürlich richtig ausgelegte Köder. Ich bin jetzt natürlich kein Fachmann für das, was das da für, naja, das sind so Kapseln. Ja, ja, Kapseln. Hast du nicht, holst du eine Tüte, ne? Ey, ich gucke gerade. Ja. Ja, ich habe extra der Handschuh an jetzt so und ich weiß ja nicht, was da ist. Ja, ich möchte, ich würde es hier auch nicht hören. Das ist rein informativ, was ich Sie jetzt frage. Darf ich mal bitte einen davon haben? Ja. Kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie vielleicht Köder ausgelegt? Nein, wie kommen Sie dazu? Weil Sie angeblich der Hund ja gebissen hat. Ja, mich hat der Hund wirklich gebissen. Nicht nur angeblich, aber ich würde, da kann ich, ich komme mit der Frau Giermann gut zurecht und das würde ich nicht machen. Ich habe weder, weder habe ich den Hund in die Mülltonne gelegt, noch habe ich diese, Sie haben den Hund, aber Sie haben, Sie haben den Hund ja auch ignoriert. Ja, ich habe den ignoriert, weil er mich schon mal gebissen hat. Bei der Apotheke. Ja. Ich fasse dieses Biest nicht an. Ja, okay. Das sind die Herztabletten meiner Tante Clara, die Sie da gerade gefunden haben. Wie bitte? Meine Tante Clara ist herzkrank, das sind Ihre Tabletten. Das sind Ihre Tabletten, die gelben. Ja. Ich habe die gestern noch besorgt aus der Apotheke. Ja, wir gehen mal zu Ihrer Tante. Dann bringen wir ihr mal den Hund, die freut sich bestimmt, dass sie den Hund wiederkriegt. Wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn alles Zugriff auf die Tabletten? Also, ich habe die geholt, aber ich habe jetzt nichts damit gemacht. Wo sind die denn? Wo werden die denn gelagert? Ich habe die geschlossene Packung an Sie übergeben, weil sie die Pflegerin ist. Das heißt, Sie beiden sind die Einzigen, die Zugriff auf die Tabletten haben? Ja, und ich habe garantiert nichts gemacht. Die Tante der jungen Frau leidet seit Jahren unter Multiple Sklerose. Damit sie nach dem Tod ihres Mannes wieder neuen Lebensmut schöpft, bekam sie unlängst den Hund geschenkt. Wo warst du denn, mein Schädchen? Hat sich versteckt in der Mülltonne. In der Mülltonne? Frau Gehmann, wir sind ja auch hier, weil wir gerufen worden sind. Die Problematik war halt, dass die Müllmänner halt den kleinen niedlichen Hund in der Mülltonne aufgefunden haben. Nein. Wem gehört denn dieses Haus? Ja, also mir gehört hier die Wohnung. Die Wohnung gehört Ihnen. Okay. Sie haben ja eine Mülltonne für alle Mieter, habe ich schon erfahren. Weil wir uns natürlich jetzt fragen, wer hat den Hund da in die Mülltonne gesteckt? Ja, also ich kann das nicht begreifen. Ist der Hund weggelaufen heute Morgen? Wie kommt der überhaupt hier raus? War die Tür immer auf? Das weiß ich nicht. Ich war im Badezimmer und die Lena hat mir geholfen. War die Tür auf oder wie oder was? Und als sichern kam, stand die Tür offen und deswegen haben wir nach dem Hund gesucht. Okay. Unterdessen bestätigt sich der Verdacht. Die Tabletten in dem Köder stammen aus der Packung der pflegebedürftigen Dame. Also jemand muss einen Grund dafür haben. Ja. Wissen Sie, dass es mir gut geht? Ja, ja. Seitdem Sie den Hund haben? Ja, es ging mir so schlecht. Und der Hund ist mein ganzes Glück. Lena hat ihn mir geschenkt. Und, aber wer könnte einen Grund haben, dass es mir wieder schlecht geht? Hallo, Frau Gehrmann. Ich frage mich ja. Wir fragen uns ja auch nach dem Motiv. Und Sie nehmen Herztabletten. Ja. Sie nehmen Herztabletten und haben Sie ein schwaches Herz. Ja. Sind Sie auch leicht zu schockieren? Oh ja. Kann es sein, wenn jemand den Hund entführen wollte oder ihn aus Ihrer Obhut wegnehmen wollte, dass er Ihnen da schaden wollte, Ihnen einen Schock verpassen wollte? Ja, aber sicher. Ich war so unglücklich und so traurig. Dann ist halt die Frage, warum macht das jemand? Ja, und wer macht das? Welches Motiv? Können Sie sich da irgendetwas vorstellen? Haben Sie irgendwie, äh... Ich habe eine Idee. Okay. Die kamen wir eben. Ja, okay. Gut. Ich lasse Sie vollkommen ausreden. Pia. Oh. Ich habe dich doch in meinem Testament bedacht. Wie? Sie gehört doch gar nicht zur Familie. Ja, aber... Ja, aber ich kümmere mich um deine Tante. Ja, weil es doch dein Job ist. Ja, ich habe es gemacht. Ja, aber ich mache das. Seit drei Jahren mache ich nichts anderes als das. Ich habe mir die Wohnung vererbt. Du hast die Pia vererbt? Die Pia habe ich meine Wohnung vererbt, ja. Und da könnte sie einen Grund haben, dass es mir wieder schlechter geht. Ach, Quatsch. Wofür soll ich das machen? Das ist ja loben. Ich bin schon drin in deinem Testament. Wofür brauche ich das? Vielleicht geht es dir nicht schnell genug, hör mal. Vielleicht möchtest du direkt die Wohnung haben. Ich würde das doch nicht bei dem Hund machen. Wer weiß. Wo denn sonst? Du weißt, es bricht dir das Herz, wenn der Hund nicht mehr da ist. Genau. Das würde ich niemals machen. Kann ich mal... Haben Sie was in der Tasche? Darf ich mal kurz gucken? Nein, da habe ich nichts. Ich darf doch mal gucken. Sie haben kein Recht dafür. Ich kann sie auch mitnehmen. Nein, ich habe das nicht. Was ist denn da drin? In der Tasche rechts. Na gut, wir machen das anders. Wir würden Sie bitten, ziehen Sie mal bitte den Kittel aus. Ja. Ziehen Sie den Kittel einfach mal bitte aus. Wir dürfen Sie nicht körperlich durchsuchen, aber wir dürfen gerne mal den Kittel. Und wenn ich die Frage, ob Sie mal... Es besteht ja hier der Verdacht, dass Sie irgendwas... Dankeschön. Darf ich mal gucken? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich kann mal gucken. Ja, ne? So. Ich bin ja da. Du sollst kribieren und mir die Wohnung überlassen. Was ist das? Hey, hey, hey! Komm mir nicht näher! Hey! Hey! Aus der Hand! Aus der Hand! Aus der Hand! Aus der Hand legen! Legen Sie die Spritze aus der Hand! 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 Sie machen die ganze Situation nur noch schlimmer. Wirklich! Hören Sie auf! Das geht ganz schnell! Ganz schnell! So, ganz schnell geht das! Ja? Was ist denn das für ein Blödsinn jetzt? Was war denn das für eine Aktion? Wollten Sie das mit der Spritze abbauen? Ja, die wollte schon sterben! Und dann hat... Du bist schuld! Du hast diesen Scheißkörner geholt! Die möchte noch nicht sterben! Ich wollte, dass es keine Männer wegkriegt! Vor zwei Jahren! Versuchter Totschlag! Ja? Wie viele Tabletten haben Sie ihr jetzt gegeben? Alles! Alle? Alle heute? Heute! Rufen Sie mal einen Krankenwagen! Wegen der Überdosierung muss das Opfer umgehend ärztlich beobachtet werden. Die Täterin wird wegen Tierquälerei versuchten Totschlags und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Sie bleiben hier, Krankenwagen kommt, Sie bleiben auch hier. Ja. Wie fühlen Sie sich jetzt? Och, das ist jetzt... Ich bin jetzt aufgekommen! Die ganze Aufregung! Die ganze Aufregung! Brauchen wir aber jetzt nicht die Aufregung. Ja. Wenn der Arzt kommt jetzt gleich, ja? Wir fahren mit der jungen Dame direkt zu unserer Dienststelle. Sie zeigen denen diese Tabletten, dass Sie die nehmen. Ja. Das leere nehmen wir mit. Okay. Und Sie sagen denen, dass die Ihnen 15 Tabletten gegeben hat. 15. Ich weiß nicht. Darum habe ich mich schon gewundert irgendwie. Ganz wichtig ist, Sie müssen wissen, was es ist. Das hier. Deswegen lasse ich Ihnen das hier liegen. Ja. Das nehme ich mit. Die Spritze nehme ich mit. Und dann fahren wir mit der jungen Dame. Und ich möchte Sie jetzt gar nicht weiter befragen und so weiter. Lass Sie erst vom Krankenwagen untersuchen oder vom Arzt untersuchen. Ja. Der kommt dann gleich. Sie bleiben bitte dann bei Ihrer Tante. Natürlich. Ja. 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 Ja.